Ja, hallo, liebe Juck-Gemeinde. Heute haben wir den Ralf Müller da, der uns heute was über Docs as Code erzählen möchte. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Dokumentation ist bei mir nur so, wenn ich weiß, ich fahre vom Baum, dann findet es keiner mehr, aber das ist auch immer nicht vollständig. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Ihr könnt Fragen in den Chat stellen. Ich werde sie dann einfach, werde ich Ralf einfach so unterbrechen und diese Frage weitergeben. Zum Schluss des Streams könnt ihr gerne in ein Go-To-Meeting noch kommen, wenn ihr wollt und könnt mit Ralf ein Grund A machen oder, keine Ahnung, über sein sonstiges Leben reden. Nächstes Mal haben wir den Uwe Friedrichsen da, der erzählt uns was über Reusability vom Code und irgendwie, dass das anscheinend nicht mehr so gut funktioniert. Ja, und jetzt übergebe ich an Ralf und mache mich erstmal mute. Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich über das rege Interesse an der Dokumentation. Worüber ich mich leider nicht freue, ist, dass gerade mein Greenscreen etwas versagt. Ich habe hier an der Beleuchtung die ganze Zeit gearbeitet und jetzt geht die Sonne unter und da wird es schlechter. Aber ich hoffe, die Folien sind trotzdem gut zu erkennen. Dokumentation. Warum beschäftige ich mich mit Dokumentation? Es gab mal eine nette Umfrage, relativ große Umfrage im Bereich Open Source. Was für Probleme auftreten, wenn man Open Source einsetzt? Und das Interessante an dieser Umfrage war, dass die Top-Antwort, mit Abstand Top-Antwort, war Incomplete or Confusing Documentation. Und das ist ein Problem, das kann man, glaube ich, auch auf InnerSource in einem Konzern, in einer großen Firma übertragen, dass wenn die Dokumentation von Libraries oder anderer Software nicht gut ist, nicht vorhanden ist, dann gibt es Probleme, weil die Software nicht außerhalb des Teams wiederverwendet werden kann und auch bei Fluktuationen oder so bereitet es Probleme. Mir ist so schön, Documentation is a love letter to your future self. Auch das gilt, dass die Dokumentation auch einem selbst hilft. Ja, kurz zu mir. Mein Name, Ralf Müller. Ich arbeite bei der DB Systel, dem IT-Partner der Deutschen Bahn. Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit Dokumentation und wie man in Projekten die Dokumentation besser aufbauen kann. Ich bin Co-Autor von zwei Büchern. Ich halte jede Menge Talks, so wie den, hier zum Thema Dokumentation. Und ich habe mein eigenes Open Source Projekt. Ja, ich habe es gegründet. Mittlerweile hat die Community es quasi übernommen. Da freue ich mich immer über die ganz vielen Kontributoren, dass da wirklich Leben drin ist. So, kurz um die Szene zu setten, stellt euch vor, ihr habt ein großes Projekt und hier sind ein paar Diagramme, geklaut bei Gernot Starke aus einer Präsentation. So könnte ein großes Projekt aussehen, dass da schon viele Architekten drauf waren. Ich habe unterschiedlichste Diagramme dort drin und ich erzähle das immer aus der Sicht des Architekten, weil der Architekt hat besondere Ansprüche an Dokumentation. Zum Beispiel eben Diagramme, die ich oftmals sonst bei Dokumentation gar nicht so brauche. Also stellt euch vor, ihr seid Architekt. Ihr kommt auf solch ein Projekt, was lange gewachsen ist. Ihr habt einen starken technischen Background und ihr habt jetzt als Aufgabe die Weiterentwicklung der Architektur, Pflege der Dokumentation und Kommunikation der Architektur. Und für einen Architekten ist die Kommunikation der Architektur tatsächlich eine Hauptaufgabe. Das ist ganz wichtig und das geht sehr gut über die Dokumentation. Ganz kurz, genau. Ich glaube, das ist das, was jetzt kommt. Die Frage von Daniel Ludwig aus YouTube ist, wie heißt das Projekt? Konnte man nicht lesen? Also, ich glaube, das heißt DocToolchain. Genau, heißt DocToolchain und da komme ich noch drauf. Ich werde jetzt so in dem Talk so ein paar Sachen erzählen und viele dieser Sachen sind in DocToolchain umgesetzt und da werde ich nachher nochmal ein Diagramm dann zeigen. Aber wenn man nach DocToolchain googelt, dann findet man es eigentlich ganz gut. ARC 42. Ihr hattet in dem Fragebogen beantwortet, dass ungefähr die Hälfte von euch ARC 42 als Template schon kennen. Und wenn ich mit Softwarearchitektur anfange, dann ist für mich ARC 42 immer der Start. Denn ARC 42 ist, ja, ich habe es hier geschrieben, das Template für Dokumentation eines Softwaresystems. Wenn ich überlege, wie ich ein Softwaresystem dokumentiere, dann bringt mich ARC 42 echt weit voran. Peter Ruschka und Gernot Starke hatten immer Projekte, in denen sie Architekturdokumentation erstellen mussten. Und irgendwann haben sie sich gesagt, immer wieder eine neue Dokumentationsstruktur aufsetzen. Das macht keinen Spaß. Sie machen das jetzt einmal und stellen das Ganze als Open Source zur Verfügung. Mittlerweile ist das Template weiterentwickelt worden, steht jetzt in der Version 7 zur Verfügung. Im deutschsprachigen Raum ist es auf jeden Fall das Standard-Template. Es ist aber auch mittlerweile verfügbar in Deutsch, Englisch, Spanisch und Russisch. Und es ist total witzig, wenn man in diesem Projekt mitarbeitet. Und ja, klar, Deutsch, Muttersprache, Englisch kann man übersetzen. Und irgendwann kommt so ein Pull-Request rein, weil es Open Source ist, Spanisch oder Russisch und man versteht kein Wort mehr. Aber das zeigt die Verbreitung des Templates. In mehreren Formaten verfügbar. Es gibt der Dokumentation wirklich eine einheitliche Struktur. Wenn man immer mit dem Template arbeitet, dann findet man sich in neuen Projekten sehr gut zurecht, weil man einfach weiß, in welchem Kapitel was steht. Mit und ohne Hilfestellung, da komme ich nochmal drauf zurück. Und es hilft einfach, die richtigen Aspekte richtig zu dokumentieren. Also, wenn ich mit diesem Template arbeite, da sind einige Hilfestellungen drin, die mich anleiten, wie ich dokumentieren sollte. Und über diese Anleitung können dann auch verschiedene Architekten ungefähr gleiche Dokumentation erzeugen. Das ist ganz gut. Was Gernot immer erwähnt ist oder rüberbringen möchte, dass dieses Template kein Formular ist, was ich von vorne bis hinten ausfülle und dann fertig bin, sondern es ist eher wie ein Kleiderschrank. Bei einem Kleiderschrank weiß ich, was wohin kommt. Den Hut lege ich oben hin, die Schuhe unten und den Mantel hänge ich auf die Stange. Und genauso ist es hier bei dem Template. Wenn ich irgendwas zu dokumentieren habe, dann weiß ich, Entscheidungen kommen in Kapitel 9 oder übergreifende Konzepte in Kapitel 8. Und es gibt nur ein paar Kapitel, wie zum Beispiel das Kapitel 1 Requirements und 2 Constraints, Scope und Context. Das sind so die Kapitel, die ich mir am Anfang eines Projekts vornehme. Aber dann ist es eben der Kleiderschrank, dass ich eben, wenn ich was zu dokumentieren habe, ich weiß, wo ich das hinpacke. Und das ist auch so, ich habe es bei Reviews erlebt, dass man mir gesagt hat, du hier, du hast jetzt in Kapitel 6 überhaupt nichts geschrieben. Und ja, war halt eben noch nichts zu dokumentieren in Sachen Runtime View. Und da ist es manchmal auch ganz gut, wenn man dann in so ein Kapitel einfach reinschreibt, ja, das ist absichtlich leer gelassen worden, weil da haben wir nichts zu dokumentieren. So, und wenn man jetzt so als Architekt in so ein Projekt reinkommt, dann muss man oftmals feststellen, dass Word der meistens etablierte Standard ist, manchmal auch Confluence, aber so eine Architekturdokumentation liegt dann doch meistens als Word vor. Und wenn ich mir das ARC 42 angucke, dann, ich habe schon gesagt, es existiert in ganz vielen Formaten und das ASCII-Doc-Format ist das Haupt-Template, das Main-Template. Alle anderen Formate werden daraus generiert. Und das war auch so, ursprünglich lag es halt als Word vor. Und ich kam dann irgendwann mal an und habe gesagt, also Word macht mir keinen Spaß. Können wir das nicht in ASCII-Doc transformieren? Und dann hieß es, ja, dann müssen wir aber zwei Templates pflegen. Aber wir haben dann eben diesen Spagat hingekriegt, dass wir es nach ASCII-Doc transformiert haben und von ASCII-Doc in die ganzen anderen Formate. Und das zeigt schon gleich, wie mächtig ASCII-Doc ist, dass wenn ich mit ASCII-Doc dokumentiere, ich eben in diese ganzen anderen Formate komme, was recht praktisch ist. Alles ist besser als Word. Es ist, also, ich weiß noch, also bei mir war mal so eine Sache, ich war der Einzige im Team, ich hatte unter Linux Word mit so einem Virtual Box, nee, mit Wine emuliert und ich war der Einzige, der das Dokument öffnen konnte. Bei allen anderen, egal ob es Windows oder Mac aus war, ist das Word abgestürzt, weil es zu groß war. Ja, ich meine, Word hat sich weiterentwickelt. Es gibt ja jetzt auch die Web-Version und so. Also, es, ja, es stürzt auch nicht mehr so häufig ab. Ich meine, ich habe auch von meiner Diplomarbeit diese Erfahrung noch, dann habe ich Word nur noch selten angefasst. Und auch witzigerweise, viele Features, die ich hier erzähle, funktionieren auch in Word, wie zum Beispiel in modulare Dokumentation. Aber diese Features sind so ungewohnt, dass man damit nicht gut umgehen kann. Ja. Ich habe euch mal hier einen Ausschnitt aus dem Template mitgebracht. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt es mit Hilfestellung. Gernot sagt immer, Hilfestellung braucht man nicht. Er kennt das Template in- und auswendig. Für mich ist es immer klasse. Und was ich total klasse finde, ist, dass diese Hilfestellung, ich kenne viele Templates, die haben dann in so einem Absatz einfach so Fließtext als Hilfestellung und man sitzt davor und denkt sich, soll ich das als Standardtext drinnen lassen oder soll ich da mein eigenes schreiben? Und hier ist es ganz klar, dass, ups, ich habe hier Inhalt, Motivation und Form. Und diese drei Absätze ist klar, die müssen raus, wenn das Template, wenn meine Dokumentation dann fertig ist. Aber sie helfen mir strukturiert eben meine Dokumentation aufzubauen, weil ich damit nicht nur weiß, was kommt da rein, also Inhalt, sondern auch, warum mache ich das? Warum dokumentiere ich diesen Aspekt? Und auch die Form hilft oftmals, dass man eben weiß, ja, hier wäre eine Tabelle angebracht oder hier eher ein Diagramm. Und das Ganze sieht als ASCII-Doc so aus und ist nicht viel Unterschied, ne? Also, ich habe jetzt hier die Überschrift mit den Gleichheitszeichen. Ich habe jetzt hier diese vier Sternchen und wenn man ASCII-Doc nicht kennt, da steht noch dieses Roll-Arc42-Help drüber, dann weiß man, also, wenn man es kennt, dann weiß man, dass das ein spezieller Block ist und in dem Fall markiert es eben die Hilfestellung und die kann man dann eben auch gesondert rendern. So ein Punkt Inhalt, Punkt Motivation, Punkt Form sind besondere Arten der Überschriften, aber ansonsten kann ich mit ASCII-Doc, Markdown kennt wahrscheinlich jeder, ähnlich wie Markdown dokumentieren, aber ich habe über die Markdown-Features hinaus noch einige Features, die ich für technische Dokumentation sehr gut nutzen kann, wie zum Beispiel, da ich Dokumentation modular aufbauen kann, genauso wie wir unseren Source-Code nicht in einem File runterschreiben, macht das eben bei Dokumentation auch keinen Sinn. Ja, und TreatDocs as Code, das ist ja eigentlich das Thema des Vortrags, das war jetzt alles ein bisschen Einstimmung auf das Thema und Docs as Code, ja, was ist das? Das ist nicht das, sondern Docs as Code steht für Treat your Docs, your Documentation as Code, also die Dokumentation genauso wie den Code behandeln. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, was ich heute Abend rüberbringen will, dass man das Mindset entwickelt, um wirklich mit der Dokumentation die gleichen Operationen zu machen, wie man sie auch mit dem Code macht. Hier habe ich nochmal ein Beispiel mitgebracht, ein kleines Beispiel. Ich kann so die Dokumentation textuell wie eine E-Mail runterschreiben. Hier seht ihr auch nochmal unten ein Link wieder aufgebaut sein kann. Wie gesagt, ist eigentlich gleich wie Markdown. Dann habe ich ein Build-File und das ist hier wirklich ein Einzeiler. Ich benutze hier Gradle, dadurch muss ich nur ein Plugin reinziehen. Es funktioniert auch mit Maven, das Maven-POM hätte jetzt hier halt nicht auf die Slide gepasst. Es geht auch mit Kommando-Zeilen-Tools. Und auf der Konsole starte ich dann den Befehl, um das zu bauen und habe dann mein Dokument schön gerendert als HTML. Ja, und wenn ich den Ansatz so fahre, das heißt, meine Dokumentation rein textuell schreibe, dann ist das, ja, ablenkungsfrei. Ich muss nicht, wie bei einer Textverarbeitung, ich schreibe was und, wups, jetzt ist die Grafik auf die nächste Seite gerutscht. Was mache ich jetzt? Fasse ich mich kürzer? Mache ich die Grafik kleiner? Oder, darauf achte ich alles nicht. Sondern ich schreibe die Dokumentation einfach als Information runter und überlasse es dem ASCII-Doc, dann eben das Layout drauf anzuwenden, das zu rendern. Ich habe Out-of-the-Box-Gliederungen in Unterdokumente. Dadurch kann ich nach Stakeholder neu gliedern. Was auch cool ist, weil ich die Dokumentation textuell habe, referenziere ich Bilder. Sie sind nicht direkt in der Dokumentation drin, sondern referenziert. Und ihr kennt es sicher alle, wenn man sich so eine Architektur dokumentiere und Diagramme in Word reinpaste und irgendwann will ich ein Diagramm aktualisieren. Ja, dann muss ich mir überlegen, wo dieses Diagramm alles verwendet worden ist und wieder reinpasten. Wenn ich die Bilder aber referenziere, dann weiß ich, wo die Bilder liegen, aktualisiere den Folder und beim nächsten Bauen ist die Dokumentation wieder aktuell. Ich versioniere den Text mit meinem Code, und habe dadurch eben die Dokumentation im gleichen Versionsstand wie den Code. Formatierung von Source-Code kann ich in ASCII-Doc-Markdown sehr leicht machen. Dadurch, dass ich diesen Text wie meinen Code verwalte, habe ich Reviews, Pull-Requests und Versionierung. Das kennt ihr alle von Git. Das geht einem relativ leicht von der Hand. und ASCII-Doc konvertiert automatisch HTML5 nach HTML5 und DocBook. Das heißt, allein, wenn ihr ASCII-Doc verwendet oder Markdown, aber ich bin für ASCII-Doc, weil ihr da einfach die technischen Dokumentationen, ihr habt da die richtigen Features für, es gibt keine Dialekte, sondern nur einen Standard, dann habt ihr schon extrem viele Features out of the box. Ja, und wenn ihr das jetzt so habt und dann eben mit so einem Projekt anfangt, hier wieder unser Beispielarchitekt, der Jeff. Er findet jetzt Word vor und wandelt das Word erstmal nach ASCII-Doc und dann nach HTML. Und da kommt immer so die Frage auf, gibt es einen Converter, der mir diesen Arbeitsschritt abnimmt? Ja, gibt es? Ja, bitte, ja, bitte. Gibt es? Gibt es? Ja, FanDoc macht das, aber Word hat ein paar Features, die in einer Auszeichnungssprache wie ASCII-Doc sich nicht wiederfinden. Wenn ich zum Beispiel ein Diagramm eingebettet habe, also als Diagrammzeichnung und nicht als Image, oder wenn ich mehrere Spalten habe, dann kommt das nicht rüber. Aber ihr kennt das sicher alle aus eigenen Projekten, wenn man so eine Dokumentation vorfindet, dann ist die meistens in einem Zustand, wo man sagen muss, die überarbeiten wir jetzt mal. Und das ist dann der Moment, wo es echt sinnvoll ist, vielleicht Pandoc anzuschmeißen, um das zu konvertieren, aber dann auch nochmal über alle Absätze drüber zu gehen, um da einiges gerade zu ziehen. Ja, und wenn wir dann diese ASCII-Doc-Files haben, rein textuelle Files, dann schmeißen wir die natürlich in unser Git rein, versionieren die mit unserem Source-Code, und da gibt es nicht so die Silver Bullet, wenn ich ein Monorepository habe, ja, dann ist klar, dann liegt die Dokumentation beim Source-Code. Ich würde auf jeden Fall immer schauen, dass sie so nah wie möglich beim Source-Code liegt, aber es gibt auch zum Beispiel übergreifende Dokumentationen, gerade Architekturdokumentationen, die ich dann vielleicht in ein eigenes Repository reinschmeiße. Aber wenn ich das habe, wenn ich das so versioniere, dann kann natürlich jeder aus meinem Team, aber auch Teamfremde, solange sie Lesezugriff auf das Repository haben, die Dokumentation forken, modifizieren und per Pull-Request einreichen, und das Coole ist, den Pull-Request kriege ich als Architekt mit, und kann dann den Gärtner spielen. Es ist nicht so wie bei einem Wiki, wo jeder dann editiert, und irgendwann ist da Kraut und Rüben, sondern ich kann Gärtner spielen, und kann sagen, das hätte ich jetzt irgendwie anders geschrieben, oder das gehört in ein anderes Kapitel, oder, 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 und das tut der Qualität der Dokumentation auch nochmal gut. Ja, und wenn ich dann so ein Pull-Request reinkriege, dann kann ich natürlich on change auf dem Build-Server das Ganze bauen und publishen. Und dadurch kann ich jetzt meine Dokumentation mit meinem Source-Code auf dem gleichen Stand halten. Ich sehe zum Beispiel auch, wenn jemand am Source-Code was macht, und ein Pull-Request reinkommt, und ich habe Dokumentation und Source-Code im gleichen Repository, dann sehe ich gleich, ist auch an der Dokumentation was geändert worden. Ich habe zum Beispiel in meinem Open-Source-Projekt, dem DocToolchain, in dem Pull-Request-Template auch so eine Checkbox, ist die Dokumentation aktualisiert worden. Wenn nicht, wurde wenigstens ein Issue aufgemacht. Dadurch halte ich das auf dem gleichen Stand, und baue dann die Dokumentation mit meinem Source-Code. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Docs as Code. Zumindest so, wie es viele Teams betreiben. Und da ist jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwie was Negatives dran. Kann man so machen, wenn man sich große Projekte anguckt, dann bestehen die hauptsächlich aus ganz viel Text, vielleicht mal ein paar Diagramme, hoffentlich Beispiel-Code, und da komme ich dann mit dem, was ihr gerade gesehen habt, einfach ASCII-Doc versioniert echt schon weit. Und sowas wie GitHub und GitLab, die Systeme, die rendern ASCII-Doc auch direkt in der Oberfläche. Kommen auch oft diese Fragen, ja, aber ich habe jetzt doch Markdown überall in meinen Repost-House, ich habe überall das readme.md, kann ich auch ein readme.adoc machen und die Systeme rendern das auch, gibt mir ein bisschen mehr Freiheiten. Wie gesagt, ich komme damit weit. Ich will euch aber jetzt zeigen, was man noch mehr machen kann. Ja, warte, bevor du weitergehst, jetzt gibt es hier Fragen aus dem Chat, der Mehmet fragt, gibt es ein Tool für ASCII-Doc, wo Teammitglieder simultan, gleichzeitig arbeiten. Ich denke mal, so ein bisschen sowas wie, wie heißt es jetzt, von IDEA gibt es da auch jetzt dieses, wo du so gleichzeitig so am Code arbeiten kannst, wie bei Confluence. Kannst du das bei Confluence, wenn du anfängst zu tippen und dann siehst du da, der Ralf, der arbeitet jetzt auch gerade da dran und hier ist der Sippel. Also, ich glaube, dass die IDEs jetzt dazu übergehen, solche Tools anzubieten. Mir ist jetzt keins direkt bekannt, aber es ist quasi wie am Source-Code arbeiten. Das heißt, zum einen habe ich meine Dokumentation modular, sodass ich meistens anderen Teammitgliedern nicht ins Gehege komme, wenn ich, wenn wir gleichzeitig eine Dokumentation arbeiten, geht Handel dann so Merges recht gut. Das ist eigentlich nicht so ein großes Problem. Aber wenn ich eben so ein Tool habe, mit dem ich im Code gleichzeitig arbeiten kann, mehrere Cursor habe, dann geht das auch mit meiner Dokumentation, geht H genauso, weil ich die Dokumentation genauso wie den Code behandle. Ja, super. Ja, und als Architekt, ja, brauche ich Diagramme. Und Diagramme möchte ich auch irgendwie schön verwalten und nicht so getrennt von meiner Dokumentation haben. Ich hatte jetzt leider vorab gar nicht gefragt, wer Plant-UML kennt. Das ist eigentlich jetzt so die Stelle, wo ich dann eigentlich mal fragen würde. Plant-UML ist eine coole Library, die komplexe Diagramme als Text nimmt und umwandelt in ein Diagramm. Und hier habe ich ein Beispiel mitgebracht, ein Sequence-Diagramm. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass ich habe hier eine Sequence-User, greift auf den Server zu, Server auf die Datenbank, dann geht es zurück und ist klar, wie das gerendert werden soll. Nämlich so. Viele beschweren sich über das Look and Feel von Plant-UML. Man kann es ein bisschen aufpeppen, aber man gewöhnt sich auch dran und der Inhalt ist das, was zählt. Jupp, bestätigt. Ja. Und hier bei so einem Sequence-Diagramm, da hat Plant-UML auch gar nicht viel Freiheiten, wie das gerendert werden soll. Das ist ziemlich klar. Aber wenn ich das mit einem anderen Tool mache, mit einem irgendeinem UML-Tool oder so, dann ist meine Erfahrung, da ich immer so Probleme habe, wenn ich hier ein neues Element einfügen will, wenn ich hier neue Requests einfügen will, dann muss ich immer erst Platz schaffen und so. Das macht nicht viel Spaß. Wenn ich das aber hier textuell mache, dann ist das total klasse, weil dann schnappt man sich einfach den Text und man kann dann auch so im Team mehrere Versionen erarbeiten. Guck mal, ich denke, das ist eigentlich so besser dargestellt und es wird einfach gerendert und man kann einen Diff drauf machen. Der Diff funktioniert super klasse, jeder Request in einer eigenen Zeile und man sieht dann auch später, wie sich so ein Diagramm verändert hat. Also super klasse. Für Sequence-Diagramme möchte ich nichts anderes mehr verwenden. Aber es gibt ja auch noch andere UML-Diagramme. Und da habe ich euch hier ein Größeres mitgebracht. Das ist aus dem Open-Source-Projekt, wo ich nur dieses Diagramm herkenne, weil auf Twitter gab es mal einen Tweet, 15 Dollar für den, der mir dieses Diagramm in Plant-UML umsetzt. Ich habe gesagt, 15 Dollar, das sind drei Bier. Ich setze mich mal abends hin bei drei Bier und versuche das umzusetzen. Und eine Kiste? War es eine Kiste später? Nein, war keine Kiste später. Es blieb bei den drei Bier, bei den, gut, kommt darauf an, ob du jetzt in den Laden gehst, die Kiste holst oder ob du ins Würzhaus gehst. Also es blieb bei den 15 Dollar. Und ich habe das umgesetzt und ich finde, das hat ganz gut geklappt. Aber was man hier nicht sieht, ist, hier hatte ich ein Diagramm vormodelliert und konnte dann hier dem Plant-UML ein paar Hinweise mitgeben, in welche Richtung die Linien gezeichnet werden sollten. Ansonsten versucht Plant-UML immer schön ein Layout hinzukriegen, bei dem es wenig Überschneidungen gibt, was irgendwie ganz gut aussieht. Aber es eignet sich halt nicht wirklich zum Modellieren. Wenn ich sowas wie hier unten habe, so, ich sage immer, sieben plus minus zwei Elemente, dann ist das ganz schnell mal so hingescribbelt im Text, in meiner Dokumentation, sieht gut aus und ist prima versioniert und perfekt. Für was Größeres, wie hier oben oder so, sollte man vielleicht doch ein anderes Tool nehmen. Aber ansonsten ist Plant-UML klasse. Und AsciiDoc unterstützt mit dem Diagram-Plugin, was eigentlich überall in allen Installationen mit drin ist, Plant-UML, aber auch viele andere Diagramm-Typen. Und man braucht immer wieder irgendwie so Kommando-Zeilen-Tools, die man installieren muss, wie graph-with-dot, hier für Plant-UML, damit es läuft. Aber mittlerweile gibt es ein anderes Open-Source-Projekt, nennt sich croquis.io, den croquis-Server. Und das Teil ist ganz cool, weil dem Server gebe ich den Source-Code von so einem Diagramm mit in der URL und er gibt mir das gerenderte Image für Plant-UML zurück oder aber auch für, ich weiß nicht, wie viele es sind, verdammt viele andere Diagramm-Libraries. Da sind zum Beispiel auch Libraries wie Vega dabei, womit ich Liniencharts oder Tortendiagramme machen kann. Und das kann ich dann alles textuell beschreiben und das ist ziemlich cool. Und so ein croquis-Server, den kann man in einen Container packen oder den kann man im Unternehmen aufsetzen, damit die Daten nicht rausgehen. So, aber wenn ich jetzt was Komplexeres haben möchte, dann Draw.io. Ich glaube, mittlerweile hat es sich rumgesprochen. Ist ein ziemlich cooles Tool. Ist ursprünglich webbasiert. Im Web, ja, möchte man seine Daten auch nicht hinterlassen. hinterlassen, aber es gibt eine Desktop-Version und wenn ich mal einen Vortrag gehalten habe, dann kamen immer wieder nach dem Vortrag Leute auf mich zu und haben gesagt, ja, das mit den Diagrammen, das ist ja schön und gut. Wir benutzen Draw.io, was jetzt übrigens Diagrams.net heißt und gibt es da nicht auch eine Schnittstelle, mit der wir die Diagramme rausholen können. Und ich habe gesucht, ob es da nicht irgendwie ein Export gibt, ob es eine API gibt oder sonst was. Nichts gefunden. Habe es schon fast aufgegeben, bis ich in der Desktop-Version ein PNG aufgemacht habe, nee, ein XML-Diagramm aufgemacht habe, normales Format ist XML, dann gesagt habe, save as PNG und er hat gefragt, du, soll ich den Source-Code in die Metadaten wegschreiben? Ich so, wow, das hört sich cool an. Ja, mach mal. Was machst du denn damit? Und dann habe ich rausgefunden, ja, also bei PNG-Diagrammen und SVG-Diagrammen speichert Diagrams.net im Source-Code, nein, in den Metadaten den Source-Code mit, sodass diese Dateien quasi zwei Funktionen haben. Einmal sind sie tatsächlich das PNG oder SVG, aber Diagrams.net kann sie noch ganz normal öffnen. Das heißt, ich packe in mein Projekt so ein Diagramm rein und kann es jederzeit wieder öffnen und editieren. Und das Diagrams.net ist wirklich eine recht leistungsfähige Software, mit der ich schön Diagramme zeichnen kann, so wie ich sie möchte. Ich kann nicht modellieren, aber manchmal brauche ich das auch nicht. Und mittlerweile gibt es auch, ihr habt ja auch bei der Umfrage gesagt, dass viele von euch IntelliJ und Visual Studio Code benutzen. Für beide Entwicklungsumgebungen gibt es ein Plugin, sodass ich diese Draw.io Diagrams.net Diagramme direkt in der IDE bearbeiten kann. Und das ist ziemlich cool, also gerade bei IntelliJ, wenn ich mit ASCII-Doc arbeite, wenn ich ein neues Image reinsetze, das Punkt dio.svg nenne, dann beschwert er sich, dass es nicht da ist. Ich mache meinen Shortcut, ich glaube Alt-Return, er legt die Datei an, öffnet sie direkt in Diagrams.net, in einer lokalen Installation, da gehen keine Daten raus. Ich kann es bearbeiten, er macht ein Autosave und ich habe mein Diagramm in meinem Dokument und kann es somit auch sehr leicht updaten. Sehr schön. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir. Schon alleine, die da gehört hast, wie ich das mit dem IntelliJ hinkriege, finde ich großartig. Ich will ja nicht spoilern, aber kommt Y-Ad noch vor? Kommt was noch vor, bitte? Y-Ad, also Y-E-D, das ist auch so eine Craft Library, XML-basierend. Nee, kommt nicht mehr vor. Ich müsste jetzt lügen, aber es könnte sein, dass es von Kroki unterstützt wird. Aber wie ich vorhin auch gesagt habe, es ist so ein bisschen dieses Mindset aufbauen, dass ich irgendwie schauen muss, wie kann ich gut mit den Sachen arbeiten und das ist jetzt so ein ganz guter Ansatz und dann kann ich eben auch bei meinen Tools, die meine Lieblingstools sind, gucken, kann ich da ähnliche Ansätze fahren, dass ich das gut hinbekomme. Ja. Muss ja nicht alles drin sein, das reicht ja schon so. Ja, es ist halt, dieser Ansatz einfach mal überlegen, wie kann ich als Techie da mehr draus machen, da kann man wirklich an vielen Stellen ansetzen. Und deswegen habe ich hier noch ein drittes Beispiel für Diagramme mitgebracht. Als Architekten sagen wir immer so hochnäsig, wir wollen nicht malen, sondern wir wollen modellieren, sodass ich in der Datenbank ein Modell meiner Architektur habe und wenn dann einer im Team auf einmal auf die Idee kommt, wir nennen jetzt die Komponente A, die nennen wir jetzt B, dann ändert sich in meinem Modell an der einen Stelle der Name und alle Sichten ändern sich. Sagen wir mal so 20 Diagramme. Und wenn sich das dann ändert und ich dann aus meinem UML-Tool die Diagramme exportieren muss und mir überlegen muss, welche Diagramme haben sich jetzt eigentlich nochmal geändert und dann überlegen muss, wo in Word und Confluence und sonst was muss ich jetzt die Diagramme updaten, dann lässt man es lieber bleiben. Jeder im Team weiß, E, Komponente A heißt jetzt B. Aber ich kann es auch schlauer machen. Ich kann automatisieren. Wir sind Techies. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel eines hässlichen Diagramms vom Enterprise Architect mitgebracht und ja, das Diagramm ist das eine. Wenn ich mit so einem Modellierungstool arbeite, dann habe ich aber auch hinter den Elementen meistens Notizen. Weitere Dokumentation oder weitere Verfeinerung, der Elemente und als ich mir das mal so angeguckt habe und gedacht habe, Mensch, das gehört eigentlich alles irgendwie raus in eine Dokumentation. Ich möchte es aber hier pflegen, weil hier ist es leichter zu pflegen. Wie kriege ich das jetzt raus? Ja, und Lösung ist, ich habe hier einen Tag reingesetzt, der mir sagt, okay, das ist ASCII-Doc und zieh das bitte raus in die Datei Stakeholder.ardoc und habe mir angeguckt, ja, den Enterprise Architect kann man automatisieren. Habe ein Skript geschrieben, das läuft in meinem Bild und dieses Skript zieht die ganzen Kommentare raus, zieht die Diagramme raus und dann kann ich wieder in meiner Dokumentation das einfach inkluden und habe dann in dem Fall, das ist jetzt, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das ist PDF, habe ich das Diagramm und unterhalb dem Diagramm in dem Fall jetzt eine Tabelle mit den Notizen, die ich hinter den Elementen hatte und das Ganze läuft in meinem Bild, dass wenn ich die Dokumentation aktualisieren will, ich einfach im Bild sage hier Export Enterprise Architect und baue jetzt die Dokumentation und alles ist aktualisiert und da kann ich mir ziemlich sicher sein. Das finde ich ziemlich cool und was auch ziemlich cool ist, ist, wie ich, wenn ich mit diesem Ansatz arbeite, mit Stakeholdern zusammenarbeiten kann und wenn ich von Stakeholdern spreche, dann habe ich da eigentlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass viele dann doch das HTML nicht so mögen, weil sie sich ein Word doch ganz gern ausdrucken würden oder vielleicht ein PDF in irgendein Ablagesystem rein muss für eine Revision oder Audit oder sonst was und dann ist es gut, wenn man andere Formate erzeugen kann und ich hatte eingangs schon gesagt, wir erzeugen die ganzen Formate von ARC 42, alles aus ASCII-Doc und Pandoc ist da ein so ein Tool, was echt extrem hilft und Pandoc hat so eine Liste an Formaten, die es unterstützt und das ist hier noch ein etwas älterer Screenshot. Mittlerweile ist an jedem Format so ein Pfeil dran, der entweder ein Doppelfeil ist oder ein einfacher Pfeil, dass man das Pandoc das lesen kann oder schreiben kann oder beides und Pandoc kann ASCII-Doc nicht lesen, aber schreiben, aber Pandoc kann DocBook lesen und ASCII-Doc ist immer mit DocBook im Hinterkopf entwickelt worden. Das heißt, die ganzen Features, die in DocBook drin sind, sind auch in ASCII-Doc drin. Wenn ich ASCII-Doc nach DocBook konvertiere und das geht out of the box, dann habe ich da keinen Verlust und kann das DocBook hier in Pandoc reinschmeißen und kann LATECH erzeugen, wenn ich möchte. Ich kann EPUB erzeugen. Ich kann meine Architektur als E-Book rausbringen. E-Book, ja, guter Versprecher. Oder ich kann eben DocX erzeugen, was eben so in großen Firmen oftmals gefordert ist. Das kann dann so aussehen. Ganz normales Dokument. Oder das ist jetzt eben PDF. Und für PDF gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten über verschiedene Libraries, wie ich das erzeugen kann. Ist gar nicht so schwer. Ja, das ist die eine Sache, dass die unterschiedlichen Stakeholder unterschiedliche Formate wünschen, aber auch die modulare Dokumentation ist für Stakeholder ziemlich wichtig. Wenn ich mein ARC 42 habe, dann ist das so, ja, ein Template, da habe ich mehrere Kapitel drin. Und die sind schon modular aufgebaut, dass ich hier mit Include-Befehlen aus dem Hauptdokument, und das besteht dann quasi nur noch aus Include-Befehlen, die verschiedenen Kapitel reinziehe. Und damit genauso, wie ich meine Software in Klassen unterteile, hier eben meine Dokumentation in Kapitel und Unterkapitel. Und damit hört die Modularität nicht auf, denn ich habe dann auch noch eben die Images als Includes und kann die sehr leicht wiederverwenden und brauche, wenn ich sie aktualisiere, nicht darauf zu achten, wo sie liegen. Ich kann Source-Code sehr genial inkludieren. Und das ist so wertvoll. Wenn ich Source-Code aus dem natürlichen Lebensraum rausziehe und in ein Wiki kopiere zum Beispiel, dann fängt er sofort das Altern an. Er ist nicht mehr aktuell. Deswegen hier, wenn ich meine Dokumentation mit dem Source-Code verwalte, in der gleichen Repository-Struktur, dann kann ich einfach mit einem Include-Befehl den Source-Code reinziehen in die Dokumentation. Und da gibt es dann noch so Tags, die ich in Kommentare davor und dahinter setze, um nur einen Teil des Source-Codes rauszuziehen. Und dadurch durch die Tags, wenn der Teil, den ich rausziehen will, sich verschiebt im Source-Code, dann verschieben sich die Tags natürlich mit und das ist überhaupt kein Problem. Und dann kommen die ersten Entwickler und sagen, was sollen denn diese hässlichen Tags da? Und dann sagt man ihnen, die stellen sicher, dass dieses Schnipsel in der Dokumentation landet. Und auf einmal verbessert sich die Qualität dieses Schnipsels ungemein. Nee, abgefahren. Hast du ein Beispiel, wie das aussieht, so ein Tag? Das ist einfach, also in der Java-Welt ist es slash slash Tag, Doppelpunkt, Doppelpunkt, irgendeine Bezeichnung, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Ich habe jetzt kein Beispiel konkret mitgebracht, aber es ist einfach so, was damit alles geht. Großartig. Und wenn ihr das mal weiterdenkt, welchen Source-Code werde ich denn in die Dokumentation reinziehen? Zum Beispiel den von Schnittstellen, einen Schnittstellenaufruf und dann natürlich aus den Unit-Tests. Das heißt, das ist Source-Code, der tatsächlich getestet wird. Wenn ich in dem Unit-Test auch noch die Rückantwort des Aufrufs mit wegschreibe, dann kann ich die Rückantwort auch in die Dokumentation reinziehen. Und wenn ich alles im Bild habe, dann kann ich sagen, die Dokumentation wird nur gebaut, wenn die Tests grün sind. Damit weiß ich, dass der Source-Code in der Dokumentation, der Beispiel Source-Code, tatsächlich getestet worden ist, funktioniert und die Rückantwort auch tatsächlich eine reale Rückantwort ist. Das finde ich cool. So. Und dann kann ich natürlich auch Unterkapitel modular aufbauen. Und Kapitel 8, vorhin sind wir ganz schnell drüber gegangen, das sind so die übergreifenden Konzepte. Da habe ich dann eben immer so, mal hier dummer Umbruch, so immer wieder gleiche Konzepte, manchmal auch neue, aber mein Kapitel 8.1 ist immer das Security-Konzept. Warum ist das wichtig? Wir reden hier immer noch von Stakeholdern. Wenn ich jetzt hier Stakeholder habe und ich habe hier zum Beispiel jemanden fachlich orientiertes, dem baue ich ein Business-Master-ADOC, in dem nur Kapitel 1 und 2 drin sind, die fachliche Beschreibung des Projekts. Und dann habe ich einen Security-Architekten und der kriegt den Security-Master-ADOC, in dem eben, ja, vielleicht auch Kapitel 1, 2 als Beschreibung des Projekts drin ist, aber dann eben vor allem Kapitel 8.1 als Security-Konzept. Und so kann ich Stakeholder-orientiert die Dokumentation rausgenerieren. Und das ist auch oftmals praktisch, vor allem auch, wenn man nicht nur von Architekturdokumentation spricht, sondern zum Beispiel auch sowas wie ein Runbook für den Betrieb hat, dann kann sich das Runbook auch aus der Architektur bedienen und da ein paar Diagramme rausziehen und solche Geschichten. Ja, und wenn ich von Stakeholdern spreche und meinem Team, dann ist natürlich auch die Zusammenarbeit ziemlich wichtig. Und wenn es bei Dokumentation, Zusammenarbeit, dann kommt immer Confluence irgendwo ins Spiel. Und es gibt verdammt viele Projekte, in denen Confluence das Dokumentationssystem ist. Und dem kann ich, ja, wie sagt Johannes Dienst immer so schön, ein Wiki ist der Ort, an dem Dokumente zum Sterben gehen. Ja, auf jeden Fall. Es ist, irgendwie die ursprüngliche Idee war toll. Wiki steht ja eigentlich hawaiianisch, Wiki, Wiki für schnell. Wenn ich mir Confluence angucke, dann sind die meisten Installationen, die ich kenne, irgendwie doch etwas träger. Man mag sich nicht durchnavigieren, aber es ist oftmals gesetzt. Ich kann AsciDoc nach Confluence publishen. Ich rede immer vom Publischen, weil es ist eigentlich sowas, ich werde nicht jeden Change da irgendwie rüberschmeißen. Aber wenn meine Dokumentation mal wieder einen Stand erreicht hat, wo ich sage, das ist jetzt des Publishens würdig, dann schmeiße ich das rüber. Und das Skript, was wir dafür gebaut haben, das ist mittlerweile durch ganz viele Hände gegangen. Ich glaube, 15 Entwickler waren da mittlerweile dran. Alle möglichen Features drin. Also alles Mögliche wird da umgesetzt. Das ist sogar, dass wir haben jetzt, wenn ich eine Open API Spezifikation habe in der Dokumentation, dann habe ich in Confluence zwei verschiedene Makros, die das darstellen können. Und tatsächlich wird das dann in dieses Makro umgesetzt. Und was aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist, hier, der eine oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, das sind genau die Kapitel aus ARC 42. Das heißt, hier habe ich ein Beispiel mitgebracht, wie das ARC 42 mal exportiert worden ist. Und es ist eigentlich ein riesiges Dokument, das ARC 42. Es wird aber von dem Skript zerlegt, entsprechende Überschriften in Unterseiten, sodass man in Confluence kleine handhabbare Seiten hat und das Seitenkommentar-Feature sehr gut nutzen kann. Wenn ich jetzt da ein riesen Dokument drin hätte und einen Seitenkommentar schreiben wollte, ja, dann müsste ich irgendwie sagen, ja, da oben im dritten Abschnitt, das ist blöd. Wenn ich kleine Seiten habe, dann kann ich leicht einfach schreiben, hier, da ist irgendwas komisch. Und dieses Publishing, das kann ich mit meiner eigenen User-ID machen, sodass diese Seite mir gehört und wenn einer einen Kommentar schreibt, dann kriege auch ich die E-Mail und kann darauf reagieren. Und diese Seitenkommentare ist nicht nur das Einzige, nicht das Einzige, wie ich hier mit dem Team zusammenarbeiten kann. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich rausgefunden habe, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Feature verpasst habe. Mein Use Case, wenn ich im Text etwas markiere, ist STRG C, STRG V und der Text ist draußen. Mein Use Case ist nicht, ich markiere den Text, bleib kurze Zeit mit dem Mauscursor drüber stehen und pass mal auf, was passiert. Und deswegen habe ich nie mitbekommen, dass dann so ein Pop-Up kommt und ich ein Jira-Ticket aufmachen kann oder ein Kommentar hinzufügen kann und somit Inline kommentieren kann. Ist ganz cool. Ist ein bisschen zielgerichteter. Auch hier als Architekt kriege ich dann die E-Mails, als Seitenowner die E-Mails zugeschickt. Wo sich die beiden unterscheiden ist, wenn ich nochmal ein Update publische, das Skript ist schon so schlau und die API hat es uns nicht einfach gemacht, es überschreibt nur Seiten, wo sich wirklich was geändert hat. Das ist übrigens auch ganz wichtig, wenn ich als Watcher irgendwie auf so einer Seite eingetragen bin, wenn ich zu viele E-Mails kriege, dann nehme ich mich als Watcher wieder runter. Deswegen, ich will nur eine E-Mail kriegen, wenn sich wirklich was geändert hat. Und wenn so eine Seite überschrieben wird, automatisch die Seitenkommentare bleiben. Die Inline-Kommentare werden die Marker überschrieben. Ist aber eigentlich kein Problem, denn ich habe ja die E-Mails gekriegt und ich mache das Publishing erst wieder, wenn ich darauf reagiert habe und das Feedback eingebaut habe. Also, so die Zusammenarbeit klappt ganz gut, so aus Erfahrung und was hier auch ganz gut ist, ist, dass oftmals man gemischte Teams hat, paar Techies, paar fachlich orientierte Leute, die Techies finden den Docs als Code-Ansatz prima, die fachlich orientierten, die sagen, was es gibt und wenn man eben so ein Wiki schon irgendwie einsetzt, dann kann man sagen, guck mal, da oben die Abschnitte, das ist fachlich, da könnt ihr eure Storys reinschreiben, hier unten die Abschnitte, die gehören uns, da publishen wir aus Git rein. Und dann funktioniert das ganz gut, dass das da zusammenläuft. Was ich aber auch ganz cool finde, ist in Sachen Zusammenarbeit und eigentlich besser finde, als das bei Confluence. Das ist jetzt hier die DocToolchain-Dokumentation und ihr seht hier schon so eine kleine Spielerei. Ich habe die Avatare von den Leuten, die an diesem Abschnitt mitgearbeitet haben, hier reingerendert. Ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich gesagt habe, hier so ein bisschen Wertschätzung und ein bisschen Motivation, da an der Dokumentation mitzuarbeiten. Andere Leute haben gesagt, boah, nee, also finde ich jetzt, aber dann hieß es doch, was cool ist an diesem Feature ist, wenn ich jetzt hier an so einem Abschnitt lese und irgendwie ein Problem mit dem Abschnitt habe, dann kann ich hier oben nachgucken, wer hat eigentlich an dem Abschnitt an der Dokumentation gearbeitet, wer kennt sich damit aus. Das ist schon mal ganz nett, aber hier drüben, das ist mir viel wichtiger, diese beiden Buttons. Unser HTML ist eine statische Seite, da ist keine Dynamik drin, das heißt, ich kann keine Kommentare machen oder sowas. Ich kann nicht einfach in den Edit-Modus gehen, aber ich kann zwei Buttons generieren und der eine, Improves the Stock, den verlinke ich einfach auf den Source-Code dieses Abschnitts, den ich gerade darstelle. In dem Fall hier in GitHub oder GitLab oder Bitbucket oder was immer man einsetzt. Ich kann direkt reingehen. Es sieht erstmal technischer aus, aber was ich cool finde ist, ich habe bei vielen Wikis erlebt, dass nicht viel editiert wird, weil es unhöflich ist, von jemandem anderes die Dokumentation einfach zu überschreiben. Man ist sich nicht so ganz sicher, ob man es wirklich gerafft hat, dass die eigene Version besser ist oder dass der Abschnitt, den man hinzufügen möchte, nicht irgendwo anders vielleicht doch schon erklärt ist und man einfach zu blöd war, den zu finden. Und deswegen ist so meine Erfahrung, dass da wenig editiert wird, es sei denn, man ist quasi der Owner der Seite. Manchmal gibt es auch so zwei, drei Leute, die geteilte Ownerschaft haben und wenn ich keine Edit-Rechte habe in dem Wiki, ja, dann kann ich eh nichts machen. Aber hier bei Git, wenn ich das lesen kann, dann brauche ich keine Edit-Rechte, dann kann ich einen Fork machen und Pull-Request senden. Und der Pull-Request ist so, aus meiner Sicht, freundlicher, dieses, du, ich habe hier, ich denke hier, kann ich eine Verbesserung anbringen. Guck dir mal an, ob das tatsächlich besser ist und das Kernteam, was Schreibrechte hat, kann da eben den Gärtner spielen und die Dokumentation gut pflegen. Und habe ich Schreibrechte, dann kann ich natürlich direkt editieren, dann ist es für mich auch einfacher. Ja, und der zweite Button, Create an Issue, manchmal habe ich so ein Tutorial oder sowas und ich komme da nicht weiter, irgendwas funktioniert da nicht. Ich kriege nur Exceptions und dann bringt es nichts, wenn ich in den Source-Code reingehe, weil ich weiß nicht, wie ich es verbessern kann. Aber ich kann ein Issue anlegen. Genauso auch, wie wir das bei Confluence gesehen haben, wenn ich da über dem Text drüber bleibe, kann ich in Jira unter Umständen ein Issue anlegen, wenn es richtig konfiguriert ist. Und das ist genau auch wieder dieses Docs as Code. Warum nicht auch die Schwächen der Dokumentation in Issues verwalten? Und in einem Sprint besprechen, kommen die Issues der Dokumentation, die nehmen wir jetzt mal in den nächsten Sprint rein und bearbeiten die. Und hier ist jetzt noch ein bisschen das Besondere, dass hier gleich in den Body die Quelle reingesetzt wird, damit jemand, der das Issue sieht, eben auch sieht, an welchem Source-Code muss ich die, auf welchen Source-Code bezieht sich dieses Issue. Und auch hier, die Issues vergleiche ich immer ganz gern mit den Seitenkommentaren in Confluence. Und kennt ihr das, dass man auf so eine Confluence-Seite kommt, man liest sie sich durch, aha, okay, habe ich verstanden. Und dann ist unter der Seite so ein ganzer Baum an Kommentaren und man überlegt sich, oh, muss ich die jetzt alle lesen? Und guck mal, hier steht was Wichtiges, dass sich da was verändert hat. Ist das jetzt schon wieder oben eingepflegt worden? Ich weiß es nicht. Und auch da ist, glaube ich, immer wieder so eine Hemmschwelle, die Kommentare wegzulöschen, wenn sie eingearbeitet sind. Das macht man selten. Und damit sammeln die sich an. Wenn ich Issues anlege, die kann ich schließen, die brauche ich nicht löschen. Erledigt? Ja, schließen. Okay. Microsoft geht sogar bei ihrer Dokumentation auch Docs as Code einen Schritt weiter und die rendern diese Issues immer unterhalb der Seiten, sodass man direkt sieht, guck mal, zu dieser Seite gibt es drei schon geschlossene Issues und zwei noch offene. Ist super Idee, das Ganze so zu verwalten. Hier kam gerade eine Frage rein von Jan. Bleiben die Kommentare nach dem Publish da? Das ist hier diese Geschichte. Die Seitenkommentare bleiben da. Ja, vermute ich mal. Genau. Und die Inline-Kommentare, da setzt Confluence Marker rein. Und diese Marker zu entdecken, ist nicht einfach und vor allem sie auch richtig weiter zu pflegen. Deswegen machen wir das nicht. Deswegen wird so eine Seite dann tatsächlich überschrieben. Die Marker fliegen raus. Aber das ist die Geschichte, dass man dann eben, wenn so ein Feedback kommt, man die E-Mail schon bekommen hat, man weiß, da ist noch was zu tun und bevor man publisht, arbeitet man das ein. Aber ehrlich gesagt, ich kenne auch nicht viele Teams, die dieses Inline-Feature tatsächlich nutzen. Okay. mal eine ganz kurze Frage. Hast du wirklich, also wenn ich mir überlege, dass ich jetzt meinem Kunden sagen würde, also pass mal auf, du musst jetzt hier so mit Git oder mit ASCII-Doc arbeiten, ich dachte, der würde mir Vogelzeichen sagt, nee, wird. Ich glaube, der richtige Teil ist gerade bei mir untergegangen. Wenn du deinem Kunden sagen würdest? Du musst jetzt hier mit ASCII-Doc und Git und keine Ahnung was rumarbeiten. Gute Confluence, das würde noch gehen, aber ich habe das schon mal probiert, weil wir hatten auch so eine Hilfeseite, die habe ich dann mit ASCII-Doc geschrieben und wir haben da mit so J-Bag dann da irgendwie HTML draus gerendert und ich habe dem Kunden das gezeigt und der hat mich angeguckt und hat mich gefragt, nein. Also, es kommt darauf an, das ist die typische Antwort eines Architekten. Techies finden den Ansatz super klasse. Einfach aus dem Grund, dass man, wenn man sich mit der Dokumentation beschäftigt, man die gleichen Tools benutzt, wie man für den Code benutzt und wenn ich Code schreibe, kann ich in meiner IDE gleichzeitig auch die Dokumentation offen haben und nachziehen und es ist nicht, vor allem auch so Geschichten, wie oft kennt man das, man fragt nach der Architekturdokumentation in einem neuen Projekt und man kriegt als Antwort, ja, Moment, ich glaube, ich habe die neueste Version gerade letztens per E-Mail geguckt. Ich gucke mal in meine E-Mails. Dokumentation sollte auf einem zentralen Server abgelegt werden und der SMTP-Server ist nicht der zentrale Dokumentationsserver. Aber es passiert, dass eben ständig Dokumente rumgemailt werden, anstatt, dass man irgendwie zentral drauf verlinkt. Man hat zum Beispiel auch diese Geschichten, wenn ich ein Word-Dokument habe, ja, dann kann ich, kann ich vielleicht auf dem SharePoint auf dieses Word-Dokument verlinken, aber wie mache ich dem Empfänger klar, es geht hier um Kapitel 3, Abschnitt 5. Bei HTML kann ich direkt auf diese Überschrift verlinken. Ja, also es sind Features, die man da mitkriegt, die echt super sind. Und wenn ich Techies habe, die die Dokumentation erstellen, dann kann ich so sicherstellen, dass die Dokumentation wirklich besser, einfacher erstellt wird und leichter gewartet werden kann. Und mittlerweile sind es so viele Teams, die auf diesen Ansatz gehen. Also, zum Beispiel auch große Firmen. Microsoft hat jetzt alles umgestellt auf Docs as Code. Die haben sogar GitHub dafür gekauft. Amazon, AWS ist alles Docs as Code. Facebook mit Dokusaurus ist Docs as Code. Das hat schon Gründe, warum man es so macht. Und Leute, die da etwas skeptisch sind, ja, die müssen es mal erleben. Die müssen es mal, ihr Techie-Team erleben, wie es mit diesem Ansatz Dokumentation erstellt und auch besser erstellt und pflegt. Bin ich vollkommen bei dir. Ich sehe genauso. Okidoki. Das ist cool. Zum Thema Zusammenarbeit habe ich noch was mitgebracht. Und zwar Tabellen in ASCII-Doc. Und wer es kennt, in Markdown so Tabellen so als ASCII-Art ist erst mal ganz schön, wenn ich dann irgendwie in einer Zelle einen größeren Inhalt habe, dann sprengt es mir die ASCII-Art und irgendwann kann ich das nicht mehr maintainen. In ASCII-Doc, man muss sich erst mal dran gewöhnen, aber ich kann jede Zelle in eine eigene Zeile schreiben. Ich könnte es auch hier hintereinander wegschreiben, aber ich kann es in eine eigene Zeile schreiben. Und das ist ganz praktisch, weil ich es damit eben nicht so ASCII-Art mäßig pflegen muss, sondern eher Datensatz mäßig, sage ich mal. Und ASCII-Doc muss einfach nur wissen, wie viele Spalten ich habe, damit das Ganze gerendert wird. Diese Leerzeile ist nur für den Leser oder Maintainer, nicht für ASCII-Doc. Und in dem Fall hier weiß ASCII-Doc über diese Beschreibung der Columns, und die Zahlen sehen jetzt etwas komisch aus, weil das automatisch generiert, die geben die relative Breite der Spalten untereinander an. Ich könnte jetzt auch, wie viel haben wir? Zwo, vier, sechs Spalten. Ich könnte hier einfach in den ganzen Anführungszeichen einfach nur eine sechs schreiben, dann wirst du ja auch sechs Spalten oder die erste Zeile hintereinander weg, dann würde ja auch durchzählen, aha, sind sechs Spalten. Aber auch das hier ist ziemlich cool, weil ich damit die Spaltenbreite festlegen kann und oftmals hat man hier zum Beispiel die Nummer, irgendeine ID, irgendeine schmale Spalte und die soll nicht genauso viel Platz kriegen wie die anderen und dann kann ich dem hier entsprechend Rechnung tragen und dann wird das ordentlich gerendert. Das ist ein cooles Feature. Ich kann damit Tabellen sehr gut bearbeiten, aber ich war immer noch beim Thema Zusammenarbeit und wenn ich jetzt, ich hatte mal so das Problem, dass ich nach Requirements gefragt habe und ich habe eine, ein Excel-Sheet gekriegt, hier sind die Requirements und ich wollte es in meine Dokumentation reinziehen. Da habe ich mir gedacht, okay, ich könnte jetzt hier so ein Save as CSV machen, ich kann in ASCII-Doc auch CSV als Tabellen reinziehen, ja, dann verliere ich das Feature der Spaltenbreite und ich habe es dann mal konvertiert und eine Woche später kam jemand an und hat gesagt, du, ich habe hier ein Update der Requirements und übrigens, ich habe die Tabelle etwas schöner formatiert und ich gucke so rein und auf einmal sind da Colspans, Rowspans drin und farbige Hintergründe und solche Geschichten und ich habe gesagt, das kann ich nicht nochmal irgendwie manuell machen und ja, man kann auch das automatisieren und ASCII-Doc hat leistungsfähige Features, wie ich Zellen formatieren kann. Hintergrundfarbe, die Spaltenbreite, ich habe, ich kann vollständig ASCII-Doc in den Zellen verwenden, ich habe Vertical und Horizontal Alignment, ich habe Col und Rowspan und ich habe dann mal aus Spaß ein Skript geschrieben, was das eben konvertiert und habe mir hier so eine Tetris-Excel-Tabelle angelegt und das sind hier tatsächlich nicht einfach nur eingefärbt, sondern das hier ist ein Rowspan, hier sind Colspans und ja, das kommt in ASCII-Doc so raus und das finde ich eigentlich ganz, ganz okay. Also, damit kann ich Danke. jetzt ganz kurz eine Frage vom Jan, was sind denn die Vorteile von ADOC gegenüber Markdown? Wir nutzen bei unseren Webframeworks zum Beispiel MK-Docs und ich habe das Gefühl, dass Markdown auch für Non-Packings wesentlich einfacher ist. Ja, das würde ich ganz gern gleich in die Q&A-Runde verschieben, da kann ich dann vielleicht nochmal andere Slides zu auflegen. Auf jeden Fall so kann ich auch, wenn ich komplexe Tabellen habe, die in Excel meinem gewohnten Tool bearbeiten und in meine Dokumentation reinziehen. Die vielen Formatierungen, die sind dann vielleicht nicht mehr so, dass ich dieses ASCII-Doc der Tabelle von Hand maintainen möchte, aber das brauche ich ja dann auch nicht mehr. Aber was interessant war, das Feature wurde zuerst extern eingeliefert als Pull Request in DocToolchain, super klasse und der Entwickler hat die Ausgabe in Source Docs reingeschrieben, also den Bereich, den ich versioniere und nicht in den Bildbereich und da habe ich mal nachgefragt, sollten wir das nicht in den Bildbereich verschieben, weil alles, was generiert wird, wollen wir doch gar nicht versionieren und die Antwort war eigentlich ganz pfiffig, weil das Excel, da kann ich kein Diff drauf machen, aber auf das generierte File kann ich ein Diff machen, das ist total cool, auf einmal kann ich auf Excel problemlos ein Diff machen und sehe dann eben in dem generierten Diff, was sich geändert hat. Übrigens, was auch cool ist, was ich immer wieder vergesse, wenn ich Formeln in dem Excel-Sheet habe, das geht über Apache POI, die Formeln werden während der Transformation ausgewertet, also ein Datum oder eine Addition oder so kommt auch im ASCII-Doc an, ist dann nicht mehr dynamisch, aber kommt an. So, jetzt kommen wir so langsam zum Ende, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld und euer Feierabendbier oder Prosecco schon vor euch. Testing, ich sage Docs as Code genauso die Dokumentation wie den Code verwalten, Mindset, Testing, ja, was kann ich denn mit Dokumentation testen? Gernot Stark hat ein kleines Tool geschrieben, den HTML Sanity Checker, der überprüft schon mal, ob das HTML korrekt ist oder ob ich IDs, Überschriften, IDs, Sprungmarken mehrfach verwendet habe oder Alt-Tags für Images, dass die auch wirklich alle gesetzt sind oder vielleicht habe ich irgendwo Broken Links, dass ich ein Image referenziert habe, was gar nicht mehr existiert oder sowas. Und das Tool erzeugt ganz cool wie ein Unit Test ein Report und ich sehe die Qualität meiner Dokumentation und kann eben drauf reagieren und kann sagen, das muss ich erstmal fixen, bevor wir das irgendwie rausschmeißen. Wird mittlerweile auch von großen Projekten eingesetzt. Ich glaube, Micronaut zum Beispiel setzt es ein. Ist ziemlich cooles Tool. Aber es geht auch anderes. Wer schon mal JavaScript programmiert hat, ich finde in der JavaScript-Welt ist es weiter verbreitet als in der Java-Welt dieses Linting, dass ich drauf achte, dass die geschweiften Klammern an der richtigen Stelle sind und sowas. Da kann ich viel machen und sowas ähnliches kann ich auch mit Dokumentation machen. Und der Hemingway Editor, das ist ein Web-Tool, ist ein sehr gutes Beispiel, was meinen Source-Code analysiert und sagt, du, hier hast du aber einen langen Satz und hier hast einen sehr langen Satz und den versteht so keiner mehr. Oder hier hast du Phrasen, die kommen, lass dir einfach weg. Genauso mit den Adverbs und Passive Voice liest sich nicht gut, versucht es in Active umzuwandeln. Und dann kriege ich hier so einen Readability Score und theoretisch könnte ich das in Sonar Cube hochschmeißen oder so. Auf jeden Fall, ich kann meine Dokumentation auf verschiedene Aspekte tatsächlich testen. Ja, und du hast gerade eben schon JBake erwähnt gehabt. Wenn ich meine Architekturdokumentation habe, dann kommt vielleicht ein User Manual dazu und dann habe ich Test Reports und vielleicht will ich mit einer Landing Page mein Projekt auch ein bisschen anschaulich beschreiben, dass man nicht gleich in der Textwüste landet. Und ein Weblog, in dem ich so die neuesten Aktivitäten beschreibe oder auch ADRs, Architecture Decision Records und wenn ich so viel Dokumentation habe, dann eine Suche drüber und natürlich eine Navigation und ja, auch ich setze JBake ein, weil in der Java Welt ist JBake einfach klasse. Es ist in Java geschrieben, ich kann notfalls in den Source Code rein, habe ich bislang noch nicht gemusst, aber es gibt für alle Build Tools gibt es eben auch ein Plugin und selbst die Templates, wenn ich die Groovy Templates auswähle, dann kann ich da in den Templates mit Java arbeiten. Hier gehe ich mal etwas schneller drüber, es gibt noch andere Static Site Generators, die mit AsciiDoc arbeiten, hier habe ich mal so eine Bewertung, es gibt auf staticgen.com, ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 320 Static Site Generators, die dort aufgeführt sind. Ich kenne mittlerweile sechs, die AsciiDoc verwenden, Antora ist von dem Macher von AsciiDoc, bringt leider keine Landingpage mit, bringt kein Weblog mit, ist in Node.js geschrieben, ist für mich als Java-Mensch etwas ferner, genauso Jekyll sehr beliebt, oft auch selbst verwendet, Ruby und Liquid ist jetzt doch nicht so meine Heimat, Hugo sehr schnell, wenn ich Markdown verwende, wenn ich AsciiDoc reinbringe, dann wird es langsamer, aber auch hier wieder die Sprache Go, bei JPEG bin ich hängen geblieben, weil Sprache des Tools ist Java, Template kann ich Groovy verwenden, also auch Java und kann mein Know-How einsetzen und das Ergebnis, was rauskommt, das ist jetzt hier unser DB Sysl Microsite Master, den die ganzen Teams zur Dokumentation verwenden, hier seht ihr eine Landingpage, dann hier einen Ausschnitt aus der Architekturdokumentation, die dann hier im Menü entsprechend der Kapitel aufgegliedert ist, ich habe einen Weblog, wie gesagt, da kann ich eben die neuesten Veränderungen des Projekts bringen, das so kann dann so eine Newsseite aussehen und oben habe ich eine Suche, die bei uns mit der konzernweiten Suche verknüpft ist, bei Open Source Projekten nehme ich ganz gern Google, weil solche großen Suchen können eingeschränkt werden auf Sites und dann hänge ich hier einen Hidden Parameter rein, dass die Suche, die, wenn ich eine Open Source Seite habe, die Suche auf die Google Suche geht, eingeschränkt auf meine Open Source Seite und ich benutze die Google Suche einfach als Suche. Das ist ganz praktisch, das hilft vor allem auch, dass man sicherstellt, dass eben die Seite in der größeren Suche bekannt ist und man nicht eine Dokumentationsinsel baut. So, anfangs habe ich DocToolchain kurz erwähnt, jetzt habe ich DocToolchain hier nochmal drin. Die meisten Features, die ich jetzt so vorgestellt habe, das sind Sachen, wo man sagen muss, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und DocToolchain bringt das alles mit, ist ein Open Source Projekt, was quasi vorkonfiguriert ist, im Kern ASCII-Doktor drin, das Diagram Plugin für Plant UML ist schon drin, PDF Plugin ist drin, Reveal.js und damit kann ich schon mal ganz viele Ausgabeformate erzeugen, alles das, was ich eigentlich so brauche. Neu drin ist JBake, um die Static Site zu generieren. Und auf der linken Seite, alles habe ich nicht erwähnt, die Dokumentation lebt an verschiedenen Orten und ich kann hier mit verschiedenen Tasks diese Orte anzapfen. Ich kann Jira Tickets rausziehen, ich kann hier aus dem Sparks Enterprise Architect meine UML Diagramme rausziehen, aber auch Visio, PowerPoint, Excel Sheets, Markdown kann ich konvertieren, Diagrams.net und, und, und. Also da habe ich viele Möglichkeiten, wie ich die Dokumentation dort rausreißen kann, wo sie lebt und in meine zentrale Dokumentation einpflegen kann. Ja, und damit kommen wir jetzt zum Ende, elf Minuten überzogen. Mit diesem Ansatz behaupte ich, ist, dass hier das Hauptproblem Incomplete or Confusing Documentation kein Problem mehr, wenn man so dokumentiert und damit erstmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle Kontributoren und Sponsoren von Dr. Chain, dem Open Source Projekt, aber auch J-Bake und ASCII-Doktor. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, dass ja, wir in GoToMeeting uns vielleicht nochmal zusammensetzen können und ich würde dann gerade meine Slides rausholen, um nochmal zu erklären, warum ich ASCII-Dok dem Markdown-Ansatz vorziehe. Ja, super, den Link habe ich gerade verschickt, wir haben so ein bisschen YouTube-Lag, ich weiß, das kennst du wahrscheinlich, es dauert immer so eine halbe Minute gefühlt, bis das irgendwie ankommt und ich muss mal ganz kurz aufs stille Wörtchen flitzen, ich bin gleich wieder da, wer möchte, ja genau, ich habe den Link gerade in den Chat gepackt, so kommt rein, Christoph schreibt, danke für den Talk, wer noch Lust hat, kann reinkommen, fragt Ralf, quetscht ihn aus, ich bin auch gleich wieder da, ich habe mich super gefreut darüber, weil das genau so eine Sache ist mit Dokumentation, ich fühle mit dir und ich finde das super großartig, was du da für einen Weg geschritten hast, um das so umzusetzen. Ich werde es auf jeden Fall morgen ausprobieren. Bis gleich. Sehr gut. Bis gleich. So, jetzt suche ich die richtige Slide hier. Ah, ich sehe, die ersten kommen schon rein. Ich höre ein kleines Echo. Ja, so, ich, ihr könnt vielleicht mal einen Ton von euch geben, wenn ihr schon da seid. Ich weiß jetzt nicht, wer nach dem Unterschied Markdown und AsciDoc gefragt hat, wäre aber ganz gut, wenn derjenige mal kurz sagen könnte, ja, er ist schon da. Ich bin da. sehr gut. Also, ich sehe momentan gerade das GoToMeeting-Fenster nicht, weil ich hier noch im Präsentationsmodus bin. Das hier sind jetzt Slides, die ich gerade auf der Java-Land präsentiert hatte und es gibt verdammt viele Teams, die, wenn sie den Docsis-Code-Ansatz gehen, sagen, ja, Markdown. Markdown ist die Auszeichnungssprache, die wir nehmen wollen und wenn man sich das anguckt, ja, Markdown hat jede Menge Features, das ist toll, ist ein toller Standard für einfache Auszeichnungen und würde ich jetzt bei so einem Webforum oder so auch nichts anderes nehmen wollen. Ja, es passt. Wenn ich dann aber in der technischen Dokumentation ein bisschen weiter fortschreite, dann muss ich feststellen, so ein Table of Content oder wie ich vorhin die Tables vorgeführt habe, Includes, um zu modularisieren, Plant-UML, Admonitions, diese kleinen Balken, die den Lesefluss ein bisschen führen und sagen Warning oder Info oder sowas. Das sind alles Sachen, die sind im Markdown-Standard nicht vorhanden und ich habe mal auf einer Konferenz vom GitHub-Stand so einen Flyer mitgenommen, das war wie so eine Ziehharmonika aufzuziehen und auf der einen Seite war Markdown-Standard beschrieben und auf der Rückseite war GitHub-Flavored-Markdown beschrieben. Noch mal genauso viel. Und wenn man sich das dann eben so anguckt, weil man mit Markdown arbeitet und sagt, ja, uns fehlen Features, wir brauchen eine Erweiterung, teilweise fällt einem das gar nicht auf, dass einem Features fehlen, weil man schon mit irgendwie einer Erweiterung arbeitet. Aber wenn man eben danach guckt, ich glaube, das sind hier 36 verschiedene Markup, ja, eigentlich Dialekte aufgezählt. Eine Erweiterung wäre sowas, ein Plugin, dass ich sage, ich kann jetzt besser Tabellen bearbeiten. Dialekt sage ich, weil, ja, ich muss mich hier für ein Dialekt entscheiden und dann habe ich eben alles in diesem Dialekt. Und wenn ich mich für so ein Dialekt entscheide, dann ist die Frage, funktioniert meine Toolchain noch? Ich habe in meiner IDE ein Markdown-Preview. Für welchen Markdown-Dialekt ist dieses Preview? Das ist mir bei LeanPub so extrem aufgefallen, als ich an diesem Buch mitgeschrieben habe. LeanPub unterstützt Markdown-Features, die mein Preview nicht unterstützt hat und ich musste dann ständig über den Server neu rendern. Habe ich den Syntax jetzt richtig verstanden? Habe ich es jetzt so hingekriegt, wie ich es wollte? War nicht so toll. Editor-Preview, aber auch PDF generieren und all solche Geschichten, muss man dann alles gucken, ob das eben zusammenpasst. Und wenn man dann in einem Team, ein gemischtes Team hat, dass die einen Visual Studio Code verwenden und die anderen IntelliJ und noch jemand Eclipse, bei irgendwem bricht es auf jeden Fall. Als Beispiel habe ich jetzt die Admonitions mitgebracht. Drei so Admonitions, Hinweis, Tipp, wichtig, ihr kennt das sicher irgendwie aus Dokumentation. Und wenn ich mir das jetzt angucke, zum Beispiel bei Microsoft Docs, dann habe ich hier diese Syntax, wie so bei einer E-Mail-Reply, diese eckigen spitzen Klammern und dann den Typ der Admonition in eckigen Klammern. Okay. Kann ich lesen, kann ich schreiben, passt. Dann gucke ich mir ViewPress an und muss feststellen, das ist irgendwie anders. Ich habe diese drei Doppelpunkte. Ja, okay. Ist anders. Dann gucke ich mir Dokusaurus, also ein Facebook-Projekt an. Hey, das sieht ja fast aus wie ViewPress. Aber bei ViewPress habe ich Tipp, Dokusaurus auch. Ja, Danger habe ich auch. Übrigens, Danger, die Erklärung, this is a dangerous warning, finde ich klasse. So, aber dabei bleibt es auch. Ähm, ich habe bei Dokusaurus keine Warning und kein Details und bei ViewPress habe ich keine Info. Ja, das ist schon mal so ein Punkt, wo ich wieder nicht das eine oder andere einfach switchen könnte. Und wenn man es genauer anguckt, bei ViewPress habe ich hier ein Leerzeichen und bei Dokusaurus nicht und ich weiß nicht, ob das einen syntaktischen Unterschied macht. Also, das sind jetzt drei große Projekte, drei große Dialekte und man muss eben gucken, wo man landet. Und das finde ich irgendwie blöd. Und im Gegensatz dazu, wenn ich mir AsciDoc und AsciDocter angucke, AsciDoc zum Wording ist die Auszeichnungssprache und AsciDocter ist das Tool, was konvertiert. Und die Syntax ist wirklich leistungsfähig. Das ist auch immer wieder so ein Kritikpunkt, den ich gerne höre, dass die Leute sagen, ja, Markdown ist aber einfacher. Und dann gucke ich mir Markdown an, lasse mir Beispiele geben, setze die in AsciDoc um und die Leute merken auf einmal, oh, ich kopiere das einfach rüber und es funktioniert. Ja, AsciDoc unterstützt viel von dem Markdown-Syntax einfach out of the box. Ein gutes Plugin sagt, du, da hast du den Markdown-Syntax verwendet, soll ich dir das konvertieren. Aber AsciDoc kommt einem auch komplexer vor, weil es einfach mehr kann. Die ursprüngliche Dokumentation war so One-Page, die komplette Dokumentation. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, sie nach PDF zu drucken, 270 Seiten. Da kommt was zusammen. Kommt aber eben auch einfach zusammen, weil ich damit viel machen kann, wie zum Beispiel bei den Tabellen, da kann ich vieles machen. Oder bei den Includes, dass ich mit den Tags arbeiten kann und sowas. AsciDoc ist in Ruby geschrieben und für uns Java-Menschen ist das jetzt nicht unbedingt das Präferierte. Aber mit JRuby rapp ich's auf die JVM. und das ist Standard. Ich kann mir die Grapton Libraries einfach ziehen. Damit habe ich in der JVM AsciDoc in der im genau Original Ruby Source Code. Das verhält sich genau so wie das Original. Da ist kein Unterschied. Das ist Standard. Ja, und wenn ich modern irgendwie in der Webwelt unterwegs bin, da gibt's eine Version, die ist mit Opal nach JavaScript transpiliert. Wieder genau das Gleiche. Verhält sich genau gleich. Und das ist wow. Und damit habe ich's in drei Umgebungen und habe keine Probleme mit Dialekten. Das Einzige, was vielleicht, aber man kriegt da eigentlich wenig Probleme mit, dass Plugins für spezielle Sachen, wenn so ein Plugin in Ruby geschrieben ist, kriege ich das auch in JRuby rein. Mit JavaScript mache ich nicht so viel mit Plugins, aber das passt. Das passt und manche Plugins sind dann eben auch in zwei Versionen da, aber verhalten sich gleich. Ja, keine Dialekte. Und das ist der Grund, warum ich AsciiDoc dem Markdown vorziehe. Ist das einleuchtend? Ja, grundsätzlich schon. Wir haben uns da halt mittlerweile unseren Environment gebaut, so mit mkdocs. Also mkdocs macht das auch relativ einfach, weil man viele Extensions quasi relativ einfach mit einer Zeile in der Config hinzufügen kann. und die auch das ganze importen und so ganz hübsch machen und da auch automatisch also so Content Table und so was, das machen die alles von selber. Ich sehe tatsächlich das Problem mit den verschiedenen Syntax und da hatten wir tatsächlich auch schon Probleme, weil da halt die Dokumentation schon wieder anders war als die Realität und das, was wir dann tatsächlich einbauen mussten, gerade bei den Admonitions, da ist der Syntax dann teilweise sehr, sehr, komisch, wenn man auch komplexere Sachen bauen will. Gut, mit Python Markdown hat man glaube ich schon ein relativ großes Projekt, aber wenn man es halt tatsächlich mal auf GitHub Docs ziehen möchte oder so, dann kriegt man wahrscheinlich tatsächlich wieder Probleme. Ja, müssen wir uns mal angucken, tatsächlich. Sieht erstmal interessant aus. Ja, das ist, ich möchte, wie gesagt, mir wird teilweise Markdown Bashing vorgeworfen. Markdown ist für viele Sachen echt gut geeignet, aber wenn man halt eben nicht in diese Dialektfalle tappen will, für große Projekte, für technische Dokumentation, dann hat AsciDoc einen anderen Zukunftswert, aber man muss auch immer wieder ein bisschen aufpassen, in welcher Welt wir unterwegs sind. Also, wir sind ja jetzt hier Java User Group in der Java Welt unterwegs, da habe ich mit AsciDoc überhaupt keine Probleme. wenn jemand in der Python Welt unterwegs ist und so der Data Scientist oder sowas. In der Python Welt habe ich Restructured Text mit Sphinx und das ist so stark integriert, dass ich die Dokumentation mit Restructured Text im Source Code schreibe, da würde ich den Leuten nicht sagen wollen, du schreib das bitte in Zukunft in AsciDoc, sondern da ist das Restructured Text prima, ist denke ich auch ähnlich standardisiert und wenn es alles in HTML rauskommt, dann können wir das eine vom anderen auch verlinken. Ja, müsste man sich mal anschauen, ob man das nicht sogar vielleicht dann in AsciDoc konvertiert kriegt. Ich vermute mal, das sind ähnlich wie bei Java Doc und so, werden das Annotationen drüber sein mit so Double Asterix Kommentaren oder so vermute ich mal. Ich weiß nicht genau, ich weiß aber, dass eben dadurch in der Python-Welt eben viel mit Restructured Text gearbeitet wird. Es gibt diese Website ReadTheDocs und da ist alles Restructured Text. Das ist irgendwie ziemlich cool, wenn ich das richtig verstanden habe, registriert man quasi sein Projekt in dieser Website und es wird automatisch auf dieser Website gerendert. Also, diese Leute, die in dieser Welt arbeiten, die machen alles dann mit Restructured, aber ich habe auch in manchen Foren schon mitbekommen, dass Leute aus der Restructured Welt in die AsciDoc-Welt mal übergegangen sind oder zumindest reingeschnuppert haben und gesagt haben, dass das AsciDoc doch von der Syntax her irgendwie stringenter ist. Aber man muss auch sagen, man hat teilweise Probleme reinzukommen. Es gibt viele Sachen mal mit einem Doppelpunkt, mal mit zwei Doppelpunkten, wo man sich erst mal fragt. Aber wenn man erst mal weiß, ein Doppelpunkt ist inline, zwei Doppelpunkte steht für sich als Block, dann weiß man, wann man das Image Makro mit einem Doppelpunkt und mal mit zwei macht. oder ein Include ist halt immer zwei, ist ein Block, steht für sich. Da kann ich empfehlen, da gibt es vom Alexander Schwarz ein AsciDoc Deep Dive Talk und der zeigt es sehr gut, der ist so tief drin, der ist der Autor oder der Maintainer, der aktuelle Maintainer von dem IntelliJ Plugin und das ist wow. Also da habe ich zum Beispiel, wenn ich ein Include oder ein Image Tag mache, habe ich eine Syntax Vervollständigung auf das File System, da ich mein Image da einfach entsprechend suchen kann. Mit einem Steuerung Klick lande ich dann auf dem Image oder der Datei. Ich habe eine Struktur Übersicht, genauso wie ich über Code eine Struktur Übersicht habe, auf einmal Struktur Übersicht über die Dokumentation. Ich habe Live Templates, wenn ich mal nicht weiß, wie der Syntax ist, dass ich anfange AD zu tippen und dann gibt er mir so eine Liste, was willst du machen, willst du eine Tabelle machen oder so, das ist total hilfreich. Also ich habe immer ASCII-Doc benutze ich immer dann, wenn mir Markdown nicht mehr reicht. Da wenn ich jetzt eine Doku an meinem Code schreibe, so ein Markdown reicht mir aus, aber manchmal kommt man echt sehr schnell an seine Grenzen mit Markdown und dann wird auch immer ASCII-Doc oder sowas dann bei Google vorgeschlagen. Markdown ist so das kleine Ding, ich finde, um Textdateien irgendwie hübsch zu machen, sage ich jetzt mal überspitzt, und ASCII-Doc ist halt wirklich richtig Dokumentations zu betreiben. Wahrscheinlich auch für Domänen spezifische Sachen besser, wegen diesen Extensions, weil man eben ja, also ich kann in Markdown kann ich vielen Problemen ausweichen, indem ich einfach HTML reinschreibe, aber das ist ja auch nicht sinnvoll, das ist halt die sehr, sehr unsaubere Lösung, weil das die Frage, wo es dann noch ändert. Genau, da gehen mir dann Konvertierungsmöglichkeiten verloren. Seppl, ich bin gerade erstaunt, du bist auf Mute, aber kannst reden. Oder ist das nur bei mir die falsche Anzeige? Ne, also ja, keine Ahnung, keine Ahnung, also jetzt habe ich wieder unmuted, also vorher war ich unmuted, weil ich habe so eine sehr laute Tastatur und sonstige Hintergrundgeräusche, was ich möchte natürlich die Leute machen. Also ich würde auch nicht so negativen mit die Verbreitung von ASCII-Doc, also wir benutzen ASCII-Doc nicht für Programmieren, Dokumentation, aber grundsätzlich für alle Dokumenten, dass wir an Kunden rausgeben, also Angeboten, etc. Und das hat eine riesen Akzeptanz. Ist nicht so, dass man sagt, das ist ja nur für Techies, etc., etc. Das ist natürlich, wo man früher irgendein Templating-Dings hatte, weil man ein Standard-Template für Angebot haben, das läuft viel, viel schöner in ASCII-Doc als Wels. Ja. Muss man sich wahrscheinlich erst mal dran gewöhnen. Gerade bei solchen Dokumenten ist dann auch sowas wie die Attribute, so eine Art Variablen, die ich habe. Super praktisch. Also, da gibt es viele Features, die man dann so mal erst mal in Erfahrung bringen muss und merkt, wow, da kann ich was mitmachen. Ja. Habt ihr sonst noch Fragen, Feedback? Ja, ich hatte eine Frage und so habe ich einen schönen Dog-Toolchain-Diagramm angesehen, wo das alle Daten anzapft. Da kannst du ja richtig mächtig in ein offener Entwicklungswelt Open Source was machen, dass man alles zusammenzieht. Hast du Erfahrungen aber wie das, wo man tatsächlich in eine Welt, die nicht ganz so offen ist, wo nicht jeder alles lesen soll und alles angezapft ist, Erfahrungen da, wie man so diverse zusammenzieht und immer noch Rollen und Rechten, die unterschiedliche Systeme haben, da berücksichtig ist? Ja, ist eine gute Frage. Also, um etwas zusammenzuziehen, braucht man erst mal Zugriff drauf, das ist klar. Und bei diesen verschiedenen Schritten muss man sich immer überlegen, zu welchem Zeitpunkt führe ich sie aus. Wenn ich Dokumentation einfach im Repository habe, dann kann ich die auf dem Bildserver rendern und dann macht der das quasi als technischer User und da ist es, da liegt ja die Dokumentation direkt vor. Sowas wie der Export aus dem Enterprise Architect, das läuft vor allem auf Windows, es wäre sicher möglich, es auf Linux laufen zu lassen, aber das ist schon mal so ein Schritt, den führe ich als Architekt bei mir lokal aus, checkt die Ergebnisse ein und dann landet es auf dem Bildserver. Und damit ist schon mal, ich habe Berechtigung auf dieses Modell, ich kann das entscheiden, dass ich das in diese Dokumentation rendern lasse. das ist dann die eine Sicht, dass ich Sachen aus anderen Systemen raus rendere, auch zum Beispiel Jira Tickets oder so, ich brauche dann einen technischen User oder meinen eigenen User, damit habe ich diese Berechtigung dann einigermaßen erschlagen, auch Excel, PowerPoint, wenn ich mir den SharePoint Server irgendwie gemappt habe auf ein Laufwerk, kann ich das bei mir machen. Das andere ist dann die Seite der Ausgabe. Ich befreie natürlich die Dokumentation erstmal mit meinen Schritten, dass ich mit meinem User das in die Hauptdokumentation reinziehe. Und dann muss ich eben gucken, ist diese Dokumentation tatsächlich für die komplette Zielgruppe freigegeben oder muss ich da wieder einschränken? Ich finde es immer ganz gut, wenn die Teams sagen, hey, die Dokumentation soll offen sein im Unternehmen, damit auch andere davon lernen können. Wenn man diesen Ansatz fährt, dann ist das genauso wie bei Open Source, kommt keiner auf die Idee, irgendwie ein Passwort einzuchecken. Hoffentlich nicht. Und wenn es passiert, dann holt man es schnell wieder raus und invalidiert das. Aber natürlich hat man dann eben teilweise eben diese Frage, für welche Zielgruppen ist das. Und bei GitLab ist es zum Beispiel ganz nett, dass ich, wenn ich die GitLab Pages einsetze, kann ich jeweils sagen, für jedes Repository, wer soll Zugriff drauf haben. Jeder oder jeder mit Zugriff auf GitLab oder jeder, der auf dieses Repository zugreifen darf. und dadurch kann ich dann ziemlich genau sagen, welche Personen Zugriff haben sollen und mache unter Umständen zwei Repositories auf, wo ich die Zugriffsbeschränkung unterschiedlich mache und verlinke dann die statisch generierten Seiten entsprechend, dass ich auf der offenen die links, die rüber gehen, auf die geschlossene mit einem kleinen Symbol Schlüssel Schloss Render. Aber ja, es ist anders als wie bei einem Dokumenten Management System oder Confluence, wo ich einfach sagen kann, hey, da soll jetzt keiner drauf. Du hattest ja eben schon Variablen angesprochen, kann man nicht theoretisch einfach eine Variable setzen und sagen, okay, der Bereich wird nur gerendert, wenn irgendwie Variable X gesetzt wird und dann rendere ich mir drei Versionen von der Dokumentation raus. Ja, das geht sehr gut. Das geht übrigens auch bei Übersetzung. Der ISAQB übersetzt seine Dokumente oder rendert sie mit ASCII-Doc und da ist es so, dass sie Tags ein, haben jeden Absatz in zwei Versionen unterschiedlich getaggt und können dann tatsächlich eben über das Setzen des Tags mit Attributen mit Variablen die verschiedenen Versionen rausrendern und das kann ich natürlich auch mit Berechtigungen machen. Ja. Aber es ist jetzt kein System dann dahinter, wo ich dann ein spezielles Login habe, es sei denn, ich mache das so mit GitLab, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zwei verschiedene PDFs rausrendere, dann muss ich trotzdem darauf achten, wer kriegt welches. Aber da ist wirklich viel möglich und solche Teams entwickeln sich dann ganz gerne, dass man eben immer mehr Ideen bekommt, was man da machen kann. Deswegen sage ich auch immer, es geht im ersten Schritt um das Mindset, um sich wirklich zu sagen, ich kann mit der Dokumentation mehr machen, als dass ich nur Markdown oder AsciiDoc render. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich eine Microservice Welt habe, dann habe ich das schon gesehen, dass jeder Microservice eben sagt, welche Microservices er noch aufruft und dann kann man sehr schön da entsprechend ein Diagramm rausrendern, was immer aktuell ist, immer wenn es gebaut wird, wird es aktualisiert. Oder von Simon Brown der Structurizer Ansatz, der eben auch Diagramme aus Sourcecode generiert, hat was. Aber es kommt auch auf die Art der Dokumentation drauf an. Architektur Dokumentation ist oftmals schon vor dem Sourcecode da. Ein User Manual ist wieder was ganz anderes, aber wenn ich in meinen Tests für die Software, wenn es zum Beispiel was Webbasiertes ist, ich sowas wie Selenium Webdriver oder Spock einsetze, um meinen Browser fernzusteuern, um die Applikation zu testen, dann kann ich Screenshots machen. Diese Screenshots kann ich dann wieder im User Manual verwenden, um immer aktuelle Screenshots zu haben. Es gibt sogar ein Plugin für ASCII-Doc, wo ich die Anweisung zum Browser fernsteuern in das Dokument reinnehmen kann, um aktuellen Screenshot reinzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass man quasi die technische Dokumentation, die eigentlich für die Entwickler und vor allem für das Architektur und Administrationsteam da ist, dass man die vielleicht sogar für den Customer Support, Customer Success Bereich optimiert. Sprich, man sagt, man macht tatsächlich so ein Permission Management und rendert vielleicht verschiedene Versionen raus und die eine Version hat vielleicht noch Hinweise für das Customer Success Team, was dann am Telefon ist, während die Entwickler und Systemadministratoren gar nicht wissen müssen, was es da noch für Einzelheiten gibt, beziehungsweise für die ist das klar, weil die halt eben in diesem Tech-Gee-Reich ja, so ein User Manual, wo dann für den Support-Bereich im User Manual noch drin steht, übrigens, hier haben wir einen Bug oder wenn hier dies und jenes Problem auftritt, dann mach mal, probier mal folgendes, Stecker ziehen und wieder reinstecken. Ja, also das ist wirklich, man kann viel machen, sehr viel. Und man muss es ausprobieren und ich bin mit AsciiDoc noch wirklich an wenig Grenzen gestoßen, was ich zugeben muss, an manchen Stellen hätte man bei dem Dock-Toolchain vielleicht für AsciiDoc ein Plugin bauen können. Haben wir nie gemacht, weil es irgendwie einfacher war, im Pre-Processing oder Post-Processing irgendwie zu arbeiten. Aber das ist halt auch, es soll einfach und leicht zu maintainen sein. Und wenn ihr in die Dock-Toolchain Dokumentation reinguckt, dann habe ich immer zu jedem Task, der da drin ist, auch den Source-Code hinterlegt in der Dokumentation. Und meine Erfahrung ist, dass das echt hilfreich ist, weil wenn man die Dokumentation liest und sagt, da ist dies und jenes nicht erklärt, dann habe ich gleich den Source-Code und diese einzelnen Tasks sind nicht so groß und dann sehe ich, wie es tatsächlich abläuft und wenn ich dann merke, das macht gar nicht das, was ich eigentlich brauche, dann habe ich aber den Source-Code schon gelesen und weiß, wie ich es ergänzen kann. Ich glaube, das hat dem Projekt auch nochmal ganz gut geholfen. Ja. Werdet ihr denn jetzt im nächsten Projekt mal ausprobieren oder jetzt mal damit rumspielen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss natürlich das Team noch überzeugen, wir haben jetzt glaube ich mittlerweile fünf Leute hier in dem Projekt arbeiten, zu überzeugen wird ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, da ist Markdown tatsächlich noch so bevorzugt, aber es hört sich grundsätzlich erstmal besser an als das, was wir aktuell machen, weil gerade mit den Extensions, das ist halt gefährdiges Pflaster. Ja. Also, wer ASCII-Doc einfach mal ausprobieren will, es gibt hier so eine Website ASCII-Doc-Live.com den kann man einfach aufrufen und im Web mal ausprobieren und ich schaue jetzt auch mal kurz nach dem Talk vom Java-Land, der ist schon als Link auf YouTube und da könntet ihr auch nochmal das, was ich jetzt nochmal so gesagt habe mit dem Markdown nochmal Kollegen vorstellen. wo habe ich es als anlistet, deswegen muss ich gerade mal kurz suchen. Hier ist es und in den Chat. ich habe auch ein Team begleitet, was von Markdown nach ASCII-Doc rübergehen wollte und diese ganzen nicht Standard Features, das ist ein starker Login. In dem Doc-Tool-Chain ist eine Library drin, die Markdown nach ASCII-Doc konvertieren kann, aber halt Standard-Markdown. Alles, was über den Standard hinausgeht, macht es nicht. Ja, wir hatten das Problem schon einmal, wir waren ursprünglich auf GitHub-Docs, aber mit GitHub-Docs ist man halt sehr limitiert und wir haben es dann in ein mk-docs-Projekt gezogen und da hatte ich schon die ersten Probleme, dass ich über alle Seiten drüber gehen musste und gucken musste, dass noch wirklich alles funktioniert, was wir vorher drin hatten. Und das war schon eine Riesenarbeit und gerade wenn die Dokumentation jetzt nochmal wächst, wir sind noch lange nicht fertig, da wird das halt katastrophal. Deswegen hatte ich auch schon mal über Jekyll nachgedacht, ob man irgendwie mit Templating arbeitet, aber ist halt auch nicht das Wahre. Ja, ich meine, Jekyll hat eine sehr hohe Verbreitung, ist auch sehr leistungsfähig und toll. Ich hatte immer ein Problem, wenn ich mit den Templates arbeiten wollte, dass dann die Template-Sprache des Liquid ja, also gewöhnungsbedürftig schon allein ein Datum zu formatieren, bin ich dann irgendwo dran gescheitert. Und bei dem JBake, wie gesagt, ich nutze die Groovy Templates, Groovy beschreibe ich immer so als Java plus plus, so 98% des Java Codes wird in Groovy ausgeführt und dann habe ich noch in Groovy verdammt viel Shortcuts. Aber das bedeutet, ich kann wie JSP quasi in den Templates meine Java-Kenntnisse nutzen und kann somit die volle Java-Power in den Templates einsetzen und mir die gestalten, wie ich möchte. Ja gut, ESP ist halt generell, gerade Groovy ist halt mit dem Syntax-Shogger nochmal ein ganzes Stück schöner. Ich habe eine Zeit nur auf Groovy gesetzt, aber wir haben dann teilweise Performance-Probleme gesehen und jetzt bin ich mittlerweile wieder so ein bisschen auf Java und halt Groovy Script für so Domain-Specific Configuration und so ein Kram. Ja, ja, es ist mit den Performance-Problemen, wenn man Compile-Static nutzt, dann ist ein Großteil der Performance-Probleme eigentlich weg und ansonsten es kommt immer darauf an, was man macht, ne, also wenn ich so irgendwelche Web-Applikationen baue, dann benutze ich Groovy quasi nur als Clue-Logic zwischen Frontend-Datenbank und irgendwelchen Services und da ist Groovy dann nicht der Bottleneck, da ist es dann die Datenbank oder irgendwas anderes, ne. Ja, ich habe halt Groovy, also so eine fertige, kompilte Klasse mal in den D-Compiler geworfen und mal geguckt, was da so generiert wird und da ist halt sehr, sehr viel zwischen Logik noch dazwischen, die halt guckt, dass diese Features wie diese Clusures, bei denen man ja die Properties im Nachhinein noch setzen kann und so und da nutzt der dann irgendwie intern irgendein Map, um sich die Properties zu ziehen, da ist halt nochmal sehr viel Logik dazwischen, diese ganze Call-Site, wenn man sich die Exceptions mal anguckt, das ist eine Katastrophe, was da gecallt wird und wir hatten einen Punkt, wo man es halt massiv gesehen hat, wo wir selber eine Implementation von der Crypto-Library hatten und ich habe die von Java zu GUVI geportet und plötzlich brauchte die nicht mehr eine Nanosekunde, sondern drei Millisekunden und dann hatten wir noch eine kompliziertere Library, die hat dann plötzlich drei Sekunden gebraucht für dasselbe, was vorher irgendwie ein MS gebraucht hat, das ist, ja, muss man gucken, wie man es einsetzt als GlueLogic und für Konfigurationen und so, sicherlich cool. Aber das Tolle ist ja, dass man dann so performance-kritische Bereiche eben einfach in Java macht und das Java aus Groovy verwendet, ist ja auch ein großer Vorteil. Ja, dadurch, dass der Syntaxialog gleich ist, ist halt die Interkompatibilität auch sehr gut. Bei Kotlin ist das ja nur ein bisschen kritischer. Ja. Ja, Kotlin, das IntelliJ Plugin für Diagrams.net, da habe ich mich auf Kotlin eingelassen und ich musste lernen. Aber auch, weil du gesagt hast, dass du das Groovy decompiled hast und da eben viel dynamisch ist, ich finde das immer witzig, wenn ich mal mit Spring Boot arbeite und dann so eine Exception kriege, so einen riesigen Stack Trace und in diesem Stack Trace ist eigentlich immer nur Invoke Dynamic, Invoke Dynamic und so geht es weiter und wo ich mir dann sage, warum benutzt ihr nicht eine dynamische Sprache, um dieses Spring aufzubauen, dann hättet ihr vielleicht nicht so viel Invoke Dynamic. Aber... Ja gut, das ist halt Java Reflection, ne? Oder Proxy, Proxy, Proxy auf Proxy und another Proxy. Ein gutes Fallen Proxy. Und ich meine, IntelliJ hat ja schon, glaube ich, so mittlerweile kein Filter drin, das heißt, du kannst sagen, es gibt auch fucking Proxys, komm zum Punkt, wo du eigentlich das eigentlich... Das ganze JPA passiert ja auf den Proxy und ich glaube, der ganze Proxy wurde auch für das JPA gebaut damals. Das ist ja ein uraltes Suntile und es ist ein Wunder, dass es noch nie rausgeflogen ist. Gut, das ist wie immer noch I18, ne, Dot Properties immer noch nicht UTF-8 sein dürfen, sondern müssen ja immer noch so bla 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 sein, sonst knallt's. Ja, die Java-Wild. Ja, das ist halt auch, ich, ja, auch so witzig, wie, wie, diese, dieser Streit immer, ja, Groovy ist zu dynamisch und wir wollen strenge Typisierung. Ach, jetzt haben wir den Var-Parameter in Java und damit können wir auch etwas dynamischer sein und ja, ach. Ja, ich, 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 ich sehe das auch immer so, ich sage immer so, lass doch mal Java-Java sein, also ich fand das schon mit dem ganzen, ähm, Functional Programming bei denen sehr speziell, wie das gelöst ist, weil ich finde, ähm, ich habe sehr viel Skala programmiert, ähm, deswegen fällt mir jetzt Kotlin nicht so schwer, aber es ist halt so, es ist teilweise sehr unübersichtlich und ich finde halt einfach bei Java ist halt einfach der Fehler, du hast halt immer noch deinen schönen, ruft das mal alles sequenziell ab und es ist irgendwie leserlich, ist jetzt irgendwie so, ja, wir kriegen das in eine Zeile reingepresst rein, äh, Challenge geworden und, ähm, die Records, ich meine jetzt, gerade geht ja auf Twitter irgendwie so total ab, ob man jetzt hinten die geschweifte Klammer setzen soll oder nicht, also man muss sie momentan setzen, die, äh, Curly Brace auf und zu, ach, also lass doch mal Java-Java sein und, äh, Groovy macht Groovy-Sachen und Cotton macht Cotton-Sachen und so weiter und so fort, ich meine, jede Sprache hat ihre Vor- und Nachteile, aber warum Java gerade versucht, alle ihre, all diese Sachen, die bei diesen ganzen anderen Sachen, die gerade so ein bisschen hipper sind, irgendwie reinzuziehen, I don't get it. Na, und Typisierung ist super. Ich bin auch nach wie vor auf Java 8, da wird sich ja so schnell, glaube ich, nichts dran ändern, da müsste schon irgendein Feature kommen, was so grandios ist, dass ich mal auf eine neue Java-Version wechsle. Ja, bei mir ist es immer so, ich hoffe ja, ich glaube jetzt in Java 16 ist es eingeflossen, ähm, ist natürlich, dass ich, äh, keine Strings-Becot dann konkatenieren muss oder mich über Spring-Buffer, Spring-Builder Ja, das Feature, was in Java 10 kommen sollte, genau. Genau, also lass ich sowas sagen, ich hab keine, ach, ich weiß nicht, also ich fand den Umstrung von Java 8 nach Java 11, ja, wie du schon gesagt hast, Reif, du hast jetzt die Vars, das ist aber eigentlich auch nur eine Abkürzung, es ist immer noch typisiert, ne, also das steht halt nur noch VAR da, aber es ist jetzt, es ist nicht anything, außer du sagst, es ist ein Object, aber ansonsten ist es halt auch wieder typisiert. Wenn man sich auf Lombok einlässt, äh, Lombok fügt das War auch hinzu, also. Ah, okay. Ja. Aber es ist bei Java auch immer so ein, so ein kleiner Wettbewerb, dass, äh, die Features, die in Groovy schon vorhanden sind, irgendwie anders eingeführt werden, ne? Also wir nehmen kein Death, wahr und, äh, damit hat Groovy wieder ein Problem. Okay, jetzt kann Groovy auch wahr. Also, ich sehe das auch so, also ich, ich finde halt so, Java sollte eigentlich sich eher mehr, mehr so, ähm, drauf konzentrieren, mal so API-Sachen, die man sich über Apache Comments oder sowas reinzieht, ne? Ja, genau. Bring-U-Tils, Collection-U-Tils, die ganzen Scheiß, dass das ein Standard wird in der JVM und nicht, wir brauchen jetzt hier, also ich meine, gut, das Modul-System ist meiner Meinung nach immer noch irgendwie, das, damit Oracle irgendwo auch mal ein paar Preisschildchen dranhängen kann an den Sun-Einkauf, aber der Rest ist so immer so, ja, wofür brauche ich das, ja, ich habe jetzt eine Streaming-API, die ist super, also nichts gegen, äh, Map und bla bla bla, aber ach, wenn ich sowas brauche, dann nutze ich Kotlin, dafür brauche ich kein Java, da ist, und mach doch mal lieber so ein paar Sachen, wie, äh, ja, der String, also so Nile-Checks und sowas, irgendwie mal obsolet, ne? so ein Money-Nile-Pointer mal richtig bekämpfen, das fällig... Ja, gut, das haben sie auch mit Optional probiert, aber Optional ist halt sehr unnübsch, und wenn man es übertrieben nutzt, baut man sich da wieder eine Vollformance-Lücke gegebenenfalls ein, weil wir jedes Mal Memory allocaten für so ein Optional, und... Ja, 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 hier jetzt nicht dein, äh, 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 Dokumentations-Talk mit, äh, Java-Features Ja, ähm, ähm, über den, ganz abgeglitten hier, ja, total, kennst du mich ja, 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 also ich meine, ja, ja, wollte ich nicht unterbrechen, nee, alles gut, ich wollte nur sagen, ich würde jetzt den Live-Stream mal beenden. Ah, der lief noch. Der lief noch, ja. Also, Jude schneidet das im Zweifel eh noch. Also, wir können, ich kann auch Jude bitten, äh, das rauszuschneiden, das ist kein Thema. Ja.